Der Nissan Evalia bringt enorm viel Raum auf Kompaktklasse-Abmessungen. Denn der 4,40 Meter lange Evalia ist etwa 16 Zentimeter kürzer als ein Golfkombi bei ungleich mehr Variabilität. Die Zielgruppenstruktur ist klar, Familien- und Freizeitmenschen mit großem Platzbedarf auf der einen Seite und die berufliche Nutzung auf der anderen Seite, wobei in jedem Fall auch der günstige Preis ab rund 20.000 Euro eine Rolle spielt. Zwei praktische Schiebetüren erleichtern Zustieg und Zuladung von der Seite. Drei Sitzreihen für bis zu sieben Fahrzeuginsassen sind für Großfamilien ideal. Die übrigens aufpreispflichtige dritte Reihe besteht aus zwei seitlich hochklappbaren Sitzen. Je nach Version stehen bis zu 3.100 Liter Stauraum zur Verfügung. Aufgrund der Fahrzeughöhe von 1,86 Meter ist zudem die Ladehöhe ebenso großzügig. Der Innenraum ist durchaus wohnlich und auch dank zahlreicher Ablagen sehr praktisch gestaltet. Im Testwagen war zudem die Sonderausstattung Nissan Connect installiert, die einen 5 Zoll Touchscreen samt Navi, Radio-CD-Kombi, USB-Schnittstelle, Bluetooth-Audio-Streaming und Rückfahrkamera umfasst. Das Nutzfahrzeugfeeling lässt sich aber nicht ganz verleugnen und auch das Fahrverhalten ist einigermaßen rustikal, hoppelt der Evalier im unbeladenen Zustand doch deutlich und auch die Geräuschdämmung könnte besser sein. Dafür entschädigt der 110 PS Vierzylinder Common Rail Dieselmotor aber mit bescheidenem Spritkonsum. Der Testverbrauch betrug 6,2 Liter auf 100 Kilometer. Wer also mit den da und dort spürbaren Nutzfahrzeuggenen des Evalier leben kann, erhält ein außerordentlich geräumiges und vielseitiges Fahrzeug mit kompakten Abmessungen zum vernünftigen Preis. Noch dazu sind bereits im Basismodell Accenta um 20.358 Euro Listenpreis Features wie ESP, 6 Airbags, CD-Radio mit USB, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und eine manuelle Klimaanlage enthalten. Im Topmodell Tecna ab 21.583 Euro Listenpreis kommen dann noch Alufelgen, beheizbare Vordersitze, abgedunkelte Scheiben ab der B-Säule, Intelligent Key und die Klimaautomatik dazu. Als Motoren stehen ein 110 PS Benziner sowie zwei Diesel mit 90 und 110 PS zur Verfügung. Für manche wohl das entscheidende Kriterium, der Evalier ist vorsteuerabzugsfähig. Der Evalier ist vorsteu.